Einen schönen Nachmittag wünsche ich euch, ihr lieben Leute. Willkommen an einen anderen Teil des Gartens, hier am Tiefwarensee. Kann man hier so rumgehen. Auch sehr schön gepflanzt und alles thailändisches Garten und soll es irgendwie so heißen in Gruppe. Ja. Sehr schön gemacht hier auch alles. Mit den weißen Steinchen hier so schön angelegt. Sehr schön. Kleine Tammbäumchen. Da ist ein ganz großer. Wird immer sauber gehalten hier. Das ist eine kleine Birke. Wird auch mal sauber gehalten von den Arbeitern hier. Es sind Behinderte, die arbeiten hier. Und auch normale Sozialarbeiter, die hier arbeiten. Und die halten das immer schön sauber. Ich bin immer froh, dass ich hier bin. Hier kann man sich erholen. Die Seele baumelassen. Richtig schön hier. Hier sind die Möwen. Die Zeit sind ganz schön viele Möwen hier. Sehr schön hier. So viel Herz steckt hier drin. Das ist die Tiefwarensee. Auch die Ecke. Ganz hinten ist das. Gucken Sie mal, wie schön das ist hier. Das blüht hier alles. Ein kleiner Dings-Teich hier. Mit den Rosen hier. Auch hier so eine Kunstwerke aus Dings-Töpfern. Die Töpfern auch hier, die Behinderten. Da gibt es auch eine Töpferei hier. Wo sie immer beschäftigt sind. Wo sie ein kleines Taschengeld verdienen. Das müssen sie auch unter Leute. Sehr schön, da ist das Hotel. Sehr schön hier. Sehr schön angelegt. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Und macht das Beste draus. Aus dem Tag. Ein schönes Wochenende. Tschüss.